Dieser Mann ist kalt wie eine Schlange. Genau da wird bald ein hübsches Loch sein. Und ich fliege normalerweise hier zu treffen. Willst du das wirklich? Aha, so nicht. Den Lauf anfassen. Und jetzt packst du das Ding in dein Halfter und wenn es losgehen kann, sagst du Bescheid. Worauf wartest du? So gehst du auch? Nein, nein, ich tue es nicht. Ich habe keine Angst, ich habe was übrig für Hummler. Für ein paar Leichen mehr. So gehst du auch. Oh! Ah! 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 Es gab viele Männer wie ihn. Das gefiel ihm nicht.